Hey, was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Also die Sequenz ist wieder viel zu lange, das kotzt mich doch an. Oh mein Gott, ich schlafe gleich eine. Ja, was ist jetzt, Mann? Wow, endlich. Darf ja wohl nicht wahr sein, ne? Da ist zu, na ganz toll. Ah, hier ist aber nicht zu. Gut, dann geht's hier weiter. Mann, das war jetzt eine langweilige Sequenz, äh... Also, ich mein wirklich, wirklich langweilig. Total beschissen, ne? Was siehst du sonst in der dunklen, drüben und Abysmung der Zeit? Was ist denn jetzt los, ey? Dass der sich von der Stimme hypnotisieren, oder was? Ich glaube, dass du ihn jetzt nicht mehr verhandeln kannst. Dr. Lam, er wird uns nicht mehr Probleme geben. Was war denn das jetzt? Jetzt habe ich keine Waffe mehr, oder? Toll, ich muss hier stehen bleiben, sonst knallt er mich ab. John kann ich abhauen. Wow. Toll, ey, ich bin so dumm. Ich prügel hier, obwohl der eine Schrotknarre, äh, ein Schrotgewehr hat. Aber jetzt habe ich das Schrotgewehr, ja? Und du kleiner Schwanz, was willst du jetzt machen? Oh, shit, hinter mir. Wo kommt denn der her? Ach, der war noch nicht tot. Ja, wenn das so ist. Okay, ich muss die Lautsprecher abknallen, dass er mich nicht nochmal so hypnotisieren kann, ey. Ich bräuchte aber Medizin. Ich bräuchte Medizin, man. Fuck off jetzt. Was ist das hier? Okay. Kann ich da durch? Nee. Oh mein Gott, ey. Was sieht denn sonst in der darken Rückwärter? Oh, shit. Jetzt bin ich gleich down, ey. Ah, hier ist Medizin. Das ist gut. Kann ich wieder ein bisschen länger. So. Der wäre auch erledigt. Ah, hier ist nix mehr. Außer Leichen anscheinend. Ich muss immer die Lautsprecher rechtzeitig abknallen, sonst. Oh, shit. Wo ist der Lautsprecher? Da ist er. Jawohl. Da bin ich doch hergekommen. Ist ja mal voll abgefuckt. Wo muss ich denn hin? Ich muss wieder zurück. Warum? Da bin ich doch hergekommen. Ah, ich hab keinen Plan. Aber ich lauf trotzdem mal zurück. Weil ich lustig bin. So, was ist denn hier im Schrank? Medizin war das. Was? Wir brauchen ihn leben. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, er hat mich betäubt. Äh, darf doch wohl nicht wahr sein. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss ihn niedertreten, oder was? Jetzt hab ich ihn getötet. Äh, ist doch scheiße. Scheiße. Okay, ich mach nen kleinen Zeitsprung. So, hier wären wir wieder. Nach diesem kurzen Zeitsprung. Jetzt muss ich den hier ganz schnell abkauen. Äh, abknallen. Ich muss ganz schnell alle Waffen weglegen und ihn einfach nieder... Ich knüppel ihn doch bloß nieder. Was willst du? Ich check das nicht, ey. Okay, jetzt hab ich die Lösung. Ich muss ihn mit der Betäubungspistole erwischen. Das ist ja eigentlich logisch, ne? Danny, nicht zu Leo. Du musst das nicht machen. So, jetzt brauch ich schnell von dem hier. Oh, nicht die Leiche aufheben, äh. Du bist so'n Vollhorst. Ich brauch die Betäubungspistole. So, jetzt hab ich ihn. Gut, Danny. Ich mach's von hier. Du kannst ein bisschen... ...schweimisch. So, was passiert jetzt mit dem? Daniel? Daniel? Daniel, bitte unternet mich. Danny ist hier. Leo. Wo ist Daniel? Ich möchte dir ein Wort mit ihm. Das ist so, was ich will. Ich will, dass du die Pikmin wegschraubst. Schau, Leo. Wenn ich es rauskomme, was du denkst, wird dir passieren? Ich werde frei. Nein, du bist tot. Jetzt lass mich mit Daniel sprechen. Shut up! Danny ist weg. Schau, oder was, Leo? Was denkst du? Wenn du mich tönt, Leo, dann wird du immer wieder verloren. Jetzt lass mich mit Daniel sprechen. Du bist leid. Es braucht nur eine Art von mir, Leo. Oder was? Was du in der Nacht? In der Nacht, in der Zeit, in der Zeit? Oh Gott! 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 tuo Vater ist bereit. Das trifft. Gott, den Eru captiviert werden sollen,